Immer voll ab, wenn er irgendwie Horrorspiele spielt, dann erschreckt er sich wohl bei Parts, wo ich sage, boah, ist das langweilig. Da erschreckt er sich wie so ein kleines Kind bei. Da finde ich irgendwie... Du bist ein PewDiePie? Nee. Da finde ich irgendwie... Entschuldigung, wenn ich das sage, aber finde ich lächerlich. Ich meine... Ich weiß nicht, du meinst. Ist halt meine Meinung. Ich meine, es gibt andere von denen, die ich ganz gerne gucke. Das ist Minecraft-Dings, habe ich immer gerne geguckt. Minecraft Let's Play. Das fahre ich eigentlich immer ganz gut. So, wo bist du jetzt? Äh, ich bin oben an den Treppen, baue ich gerade um. Achso, hast du irgendwie Pflastersteine oder sowas? Äh, ja. Kannst du mir davon was geben, weil Kobbelstung kann ich nicht viel mit anfangen. Ähm, ich meinte eigentlich Cleanstone. Achso, nö, habe ich nicht. Achso, ja, mach ja mit Pflastersteinen. Ja, wir wollten... Apropos die Höhle, wie sollen wir die eigentlich ausbauen? Pflastersteine sieht besser aus. Ja, oder sollen wir die, ähm... Ich bin gerade am überlegen, wenn wir hier das aus Kobbels machen, ne? Ja. Hier kommen ja auch noch Kobbels hin. Ja. Ähm... Und dann nach oben, sollen wir dann hier die Höhle aus Clean... Cleanstone machen. Ja, zumindest den Boden. Die Wände ist ja eigentlich egal, die kann man ja aus Kobbel machen. Ja, ja, aber dann... Ähm, hier... Die Treppen... Ja. Aus Cleanstone Slaps. Ja, klar, ja, ja. Also Cleanstone, Cleanstone Slap. Ja, ja, genau. Okay. Ähm, Tommy, kannst du gerade ein paar... Sagen wir mal... Äh... Unten im Keller unter der Treppe sind Öfen. Mach mal... Äh, für vier... Mach mal sechs Öfen mit Kobbelstone voll. Kannst du das machen gerade, bitte? Okay. Ich hoffe echt, dass es nicht zu laut ist, die Musik. Ich hab keine Ahnung. Kann man ja immer noch runter regeln, das ist ja nicht das Thema hier. Ja, die Musik nicht. Wieso nicht? Die ist ja gleich mit deiner Stimme. Ach so, ja. Ich pegele die einfach jetzt. Auf was hattest du die immer, hast du gesagt? Auf acht. Dann müsste ich sie doch auch auf acht haben gerade, oder? Also acht war meistens immer so der passende Punkt oder... gerade so in der Lautstärke, wie, äh... es gut war. Ja, dann hab ich auch mal acht gerade. Dass man es noch verstehen konnte. Naja. Sechs Text, ja. Sie. Obwohl, warte mal, wir haben doch, ähm... Warte, wir haben eine Kobbelkiste, glaube ich. Ja, klar, meine Kobbelkiste. Ähm... Klinikiste, meine... Ja, Hammel. Ähm... Vier Stacks. Joa, ne? Hatten wir hier nicht eine Truhe, äh, eine Kiste? Ja. Ja, irgendwo. Ah ja, hier, warte, ähm... Klinikiste, ich geb dir mal die Hälfte ab. Ah, das ist sehr schön. Perfekt, danke. Kann ich auch ein bisschen den Boden ausbessern hier. Ah, das ist gar nicht so einfach, wenn man hier irgendwie versucht, das mit zwei Fingern nur zu regeln, weil normalerweise packt man den anderen Finger ja an die Maus. Oder wie machst du das? Oder wie machst du das? Ähm, ich kann ja gerade mal ein Foto von meiner Hand machen. Ich kann ja mein Foto von meinem Finger schicken, wie der aussah. Ja, ich schnack das dann gleich ins Video rein. Ah, ne, ich mach das nicht. Ne, besser ne, ne? Ähm, Moment, schon mal kurz die Kamera. Tommy, mach du auch mal ein Foto von deiner Hand an der Maus. Oh Gott, Leute, es ist auch doch nicht alle ein Foto davon machen. Das rang ich bestimmt, oh, was, wie geht das denn jetzt für eine Kacke? Wieso? Ja, weil wir das ins Netz stellen tun. So, ist die Kamera an. Ja, jetzt hab ich ein Foto gemacht, Mist. Was hast du für eine Kamera? Äh, Nikon D3100. Geil. Hätte ich auch gerne. Kann die gute Videos machen? Ähm, ja, aber nur 10 Minuten. Ich spiele eine andere. Okay. Ja, ich würde auch gerne so ein weißer, ich weiß nicht, ob ihr die kennt so Art, so Canon Profi Camcorder oder so. So teile ich gerne, aber die kosten über 2000 Euro. Also, das hat sich dumm und dämlich. Wir haben in der Schweiz gesehen, der gebrauchte Canon EOS 700D. Die kostet neu, ich glaub, 1000 Franken. Okay. Also Euro, sorry, äh, Franken, Euro. Der Franken steht gleich mit dem US-Dollar. Mhm. Ne, boy. Ähm. Und die war halt da einfach mal für 300 Franken. Okay. Ich glaub, boah, scheiße, wie steht der Franken im Verhältnis zum Euro? Das kann ich nicht sagen. 1,7 oder 1,3, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kostet ein Apfel 90 Cent. Oh, okay. Das sagt er schon alles. Vieles. Ähm. Wo war ich? Ach ja. Ähm. Und, ja, da, halt, war die voll billig in so einem gebrauchtbaren Dingsbums. Ja. Und die wollte ich eigentlich dann haben, aber mein Vater hat gesagt, ja, nee, du hast einen. Und dann hab ich ihm gesagt, nein, das ist doof, dann kann ich nur so ein zu lang Video machen. Äh, wir sind bei immer zehn Minuten, hast du, oh, doof, dann muss ich jedes Mal da bewegen, wenn die jetzt, sag ich mal, 5, 6 Meter vor dir wegsteht, die Kamera. Ja, eben, deswegen. Und ich hab gerade eh schon wieder ein paar Ideen und deswegen, äh, es ist so blöd. Ja, ich hab, sieht so leer aus hier. Bami. Wo bist du da um? Na ja, wo uns ist noch nicht. Fahren. Ach so, ja, wollen wir gerade mal gucken, gehen mal einfach. Ja, warte, ich mach's auch hier jetzt noch eine Reihe hier weg und dann können wir mal gucken. Ja, okay. Ich hab hier übrigens noch eine Höhle gefunden jetzt. Oh, oh. Oh Gott, guck mal hier. Wie tief sie runter geht. Oh, geht ja. Oh, geht ja. Eins, zwei, drei, vier. Wie erwarte, wenn wir in die Breite gehen, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, wir müssen noch eins, zwei, drei, drei da rüber gehen. Und drei da rüber. Ja. Acht mal drei. Hä? Ich geh schon mal zu ihm rüber schnell. Ja, okay. Ja, ich raff's grad nicht, Tommy. Ach ja, wenn du, ähm, Tommy, wenn du von unserer Farm Richtung Brunnen gehst, dann kommt irgendwann eine Wand aus, ähm, Sand und Sandstone. Da rechts geht's in so einen Tunnel rein, fragt nicht, der sieht auch noch scheiße aus, ist noch im Bau. Ähm. Aber da kommst du dann quasi schon direkt zur Höhle, du musst nur entlanglaufen, dann kommt so ein Kackstift. Ja, genau, Kackstift, Folge drei. Oh. Genau. Das ist aber nicht der Kackstift, das ist ein anderer. Ja, gut. Oh, das sieht echt voll leer aus. Oh, komm mal her, Robin. Ich bin schon auf dem Weg. Moment, so. Ma, jetzt aber. Meine ist fast put, was ist put? Ich hab noch ein paar Spitzhacken. Ach so, Spitzhacken, okay. Ja, da hab ich auch noch eine. Joa, genügend, Jung. Ich wollt grad sagen, was ist das für ein komisches Gebilde da? Ich will immer meinen Finger oder die Fingerkuppe bewegen, weißt du, aber das geht nicht, die Scheiße, ey. Lol. Sie ist komplett umgebaut. Alter, ich dachte, du brauchst ja nur so ein bisschen an, anstatt alles abzubauen, ne krasse Sache. Na, ich erklär dir das mal kurz, wie das ungefähr gemacht wird. Hier kommen nachher vier Truhen hin, da landen alle Items drin. Das ist geil. Dann ist hier eine Wasserquelle, dann geht's acht Feld, Wasser, acht Feld, Wasser, acht Feld, das ist irgendwo hier hinten, Wasser. Und das Ganze geht dann auch drei Stockwerke. Okay. Also nicht drei Stockwerke, sondern... Ja, aber gut, man könnte ja theoretisch noch ein bisschen nach hinten ausbauen, dann könnte man ja noch mehr Stockwerke machen, ne? Ja. Oder ich weiß nicht, ob das geht, aber ein oder zwei Stockwerke da hinten in den Berg rein. Ja, ja, ähm, Tommi, wenn du uns gleich brauchst, wenn wir die da hinten reinbauen sollen, sag Bescheid, ne? Das weiß ich ja, da bin ich ja nicht so richtig, ob das so geht. Bin ich mehr... Ich denke es mal, dass es geht, aber... Ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, klar geht das. Tommi kann alles. Tommi ist ein kleiner Rotsdome-Profi. Hm, ich dich auch. Ähm... Nein! Sag ich mein Schwert weggeschmissen, scheiße. Wo sind die ganzen Kleine? Keine Ahnung, wir haben glaube ich keine mehr, oder? Doch, hier im Ofen natürlich. Komm her, der Omi. Tommi, H.Omi gehör. Das haben wir gerade eine halbe Stunde. Oh, krass, ey. Echt? Ja. Denkst du, schaffst du es noch? Ja, eine halbe Stunde bestimmt. Also, wenn das... Das wäre ultra geil. Warte, wie lange dürfen wir überhaupt aufnehmen? Wie viel haben wir gesagt? Ich weiß es nicht. Das schaffen wir eh nicht. Heute. Hm, Moment. Äh, Rechner? Äh... Ich würde sagen, größtens vielleicht fünf Folgen, wenn wir es schaffen. Das wäre eine Stunde. 13 mal... 15 waren das, ne? Ja. 195 Minuten geteilt durch 60 sind 3 Stunden 25. Also, 3 1 Viertelstunde. Das heißt, du müsstest jetzt noch... Ja. Tommi, 3 1 Viertelstunde minus eine halbe Stunde. Ja, wir lassen ihm noch ein bisschen Zeit. Und wenn er dann heute nicht schafft, ist es ja auch nicht schlimm. Ja, aber das wäre geil, weil wir dann direkt mit Folge 100... Ja, aber das schaffe ich nicht heute, jung. Hm, shit. Egal. Ich gehe mal wieder hier in den Tunnel, ne? Ich gehe mal wieder. Brauchst du mich mal. Ich bin raus mit der Hölle. Mein Lied, was ich übrigens gerade höre, das ist irgendwie voll chillig, heißt... Fringe, Trofa, Moor, and Alex, Elena. Okay. Ja. Ich habe irgendwie in letzter Zeit voll viel Schiss, dass ich nicht mehr aufnehme. Wieso? Keine Ahnung. Ja, aber die hat sich jetzt ja so weit geändert. Da kannst du auch nochmal vielleicht so ein bisschen hier erklären, falls die Leute das immer noch nicht kapiert haben. Achso, ja. Und zwar, meine lieben Damen und Herren... Oh Gott, jetzt kommt die Ansprache. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play GTA Online. Was? Ich bin nicht Pete Smith? Achso. Kleiner Witz am Rande. Bei dumm. Ja, und zwar ziehe ich mich erstmal bis Winter ein bisschen aus YouTube zurück. Es kommt weiterhin die drei Mal in der Woche Minecraft. Allerdings nur Minecraft. Wenn ich irgendwie mal Bock habe, irgendwie noch ein Video zu machen oder so, dann kommt das. Aber voraussichtlich geplant ist halt immer nur erstmal Minecraft. Und meine andere Idee, die mir im Hinterkopf steht...